Soho meine lieben Leute! Erstmal schrecken! Da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren lustigen Runde! Dark, Falzken, Lost, Zolzken! Wir laden das Spiel einfach mal wieder! Ich hände mich ja, ich lade immer erst... 8, 2, 3, 2, 8, 2... Das klingt doch super! Irgendwie bin ich gerade heute ein bisschen... ...muffig! Ich weiß nicht warum! Ich bin muffig! Nicht vom Geruch, sondern vom Gefühl her so! Kennt ihr das? Irgendwie voll antriebslos auf nichts Bock! Ja, ich habe einen Hinweis bekommen! Und zwar habe ich doch mit dieser Schere... ...mit der Schere... ...mit E... Was denn jetzt ist los? Der Turm war aber immer weg! Ist das normal? Kurios! Jedenfalls werde ich mir eine Schere holen müssen! Dazu muss ich einmal wieder zurück in das eine Zimmer... ...komplett da durchlaufen! Ja, ich habe mir einen Hinweis gegeben, du brauchst die Schere noch! Hol sie dir nochmal! Und das werde ich jetzt auch tun! Deswegen hole ich mir jetzt eine Schere! Um dann gleich etwas zu machen! Das werden wir dann sehen! Und vor allem hieß es auch, ich soll in dem Raum wirklich so lange suchen... ...bis ich alle Scheiben habe! Das heißt, ich muss erstmal so lange nicht woanders hin, sondern... ...nur dahin... ...äh... ...in den Raum, um alles zu suchen! Äh, Licht an! Ja, wie gesagt! Ich werde das Ganze jetzt durchführen! Schere nehmen! Schnippel die schnapp schnapp! Und wie wir die Scheren alle kennen... ...werde ich kurz vorher, bevor ich die benutze, nochmal speichern! Weil sonst muss ich die tausendmal wieder in den Raum latschen! Da habe ich ja keinen Bock drauf! Hatten wir alles schon! Mh, das muss nicht sein! So! Jetzt einmal bitte... Zack! So! Wunderbar! Einmal wieder durch den Schrank nach Narnia... ...und zurück! Mensch, Narnia hat sich aber verändert! Das ist ja so hässlich hier! Mh, Raum E! Der ist jetzt offen! Wunderbar! Dann werde ich... ...einmal nach da gehen... ...auf den Boden gucken! Irgendwo hier war das? Genau da! Oder? War doch da! Jawoll! Äh, dann werde ich jetzt speichern! Speichern! Äh, 7.2., 8.2., genau! Nehme ich den Savegame hier mal wieder! Wir wechseln ja immer! Falls irgendwie die Aufnahme abschmattert! So! Dann nehmen wir die Schere... ...drücken sie da rein und... ...pulen ein wenig dran rum! Muss doch funktionieren! Links, rechts, links, rechts! Geradeaus! Nach unten! Nach links! Rechts, links, rechts! Langsam, vorsichtig! Raushebeln irgendwie! Funktionier! Funktionier! Haha! Warum funktionierst du nicht? Du Penner-Gesicht! Jetzt mach doch mal! Sowas mag ich aber nicht! Weißt du, wenn du dann immer so... ...selber rumwurschteln musst... ...und das funktioniert irgendwie... ...nicht so wie es soll? Äh, ja... Endlich! Gott sei Dank! Hat doch ein halbes Jahrhundert gedauert! Geld! Nimm das alles mit! Nein, er trittet sich nur für die Tasche! So! Einmal ummachen! April 28. Midnight! Mayfair, London! All is set, all is ready! Soon we will be rich and free of the agency once and for all! Those Nazi bastards will never find us! We will hit the Bank of Britain just before they open! No casualties that way! The car is already packed for Monaco, so it can whisk us away to a wonderful new future! I feel more alive and passionate than ever! Soon, my darling! Soon we will be free! Okay! Also die wollen wohl irgendwie eine Bank ausrauben! Die Bank of Britain! Äh, wollen vor irgendwelchen Leuten fliehen, haben schonmal alles gepackt damit sie nach Monaco fahren können! Und, äh, rauben die Bank halt relativ früh aus, damit es halt keine, ja, keine Opfer gibt und keine Leute die sehen! So! Gucken wir mal! Hä? Was ist da? Ein Hakenkreuz? Aber das geht nach links! Das ist falsch! Wenn schon, dann bitte rechts rum! Ground plan, bla bla! Okay, ein bisschen Bank! Bank of Britain! 29. April! Street London! Something is wrong! There are too many... There are too many... Beistenders! I've been observing the Bank for weeks and it was never as suspicious as this! Is someone blabbed? Blabla blabla blabla! Ha! Also irgendwas is falsch! There are too many... Ja... Außenstehende Beistenders halt! Äh... Sie hat die ganze Bank schon seit Wochen observiert und überwacht und, äh... Es war noch niemals so... Wie heute! Hat irgendjemand geschnackt, geblubbert? Are the agency behind us? No! No! Can't be! It's just my nerves! Ten minutes till I go in and the crime begins! All the planning is... All that preparation... It's all about to come to fruition! Our future begins in mere moments! So why am I am so... Why am I so apprehensive? My instincts... Have never... Have never... Missed with me before! Ja, klar! Und sie denkt halt, dass die... Die agency dahinter steckt und... Ah! Und blabst... Ja, ihre Nerven gehen nur mit ihr durch und... Es wurde ja alles schon so lachend geplant und nein und... Die ganze Zukunft beginnt in wenigen Augenmomenten und deswegen... Wundert sie sich, warum sie gerade so... Komisch drauf ist... Oha! Oha! Da ist ein bisschen Blut verschmattelt! Geld! Geld! Oh, kann ich das Geld sogar nehmen? Ja! Station Hotel! Telefon dauert ein... 4535... Mmm... Sollte ich mir vielleicht das aufschreiben? Sollte ich das? Habe ich schon! Ich weiß es nicht! Wo ist mein Settel überhaupt hin? Wo? Ich brauche noch mal mit... Hinter den ganzen Plasterflaschen hier auf dem Tisch! Ich bin ja so ein Plasterflaschensammler! Muss man wieder Plasterflaschen wegbringen! Äh! Das muss doch hier irgendwo sein! Da ist es ja! Jawoll! Einmal Tetris gespielt mit dem Stift! Durch die Flaschen durch! Äh! So! Dann schreibe ich mir mal wieder was auf, du! Wo ist denn mein anderer wertvoller Aufschreibzettel hin? Der muss doch hier auch irgendwo sein! Da ist er ja! Hahaha! Hä? Ist das der Richtige? Ja, ist das der Richtige! Ich schreibe einfach mal auf... Äh... Tell... Do... Habe ich vielleicht sogar schon mal gemacht? Minus... 4... 5... 3... 5... Man kann ja nie irgendwas zu viel aufschreiben! So! 29. April... Somewhere endorse it! I can barely rewrite these words! He's gone! Dead! Shot down in a blaze of bullets! Damn! Those evil bastards! The agency! It was a setup! Oh! A cunning deadly trap! Man hat ihn erschossen! Also scheinbar ihren... Schatz! Ihren Mittäter! Tja! Selber schuld! Oh god! There was so much blood! I made... Eh... Add to the car! But he... Oh my darling! He fell only yards from the car! I could not wait! I had to flee! I hit the pedal! Taking one last glance! The blood! It was running into the gutter! Then I was gone! Forever! I did not stop until the fuel ran low! I must have traveled hundreds of miles! I am so tired! I had to stop! And this place looked ideal! Small! Unknown! Deserted! Perfect! Oh my darling! What shall I do? They will find me! I have so little time! I made it this far! But there is nowhere to run! Perhaps there is a way out! We could still be together! Forever! Hmm... Yeah, she is just... Eh... ...mereere hundred miles in her car... ...she had... ...hier... ...freund, man... ...da... ...tod zusammen sacken seen... ...and had all this kind of detail... ...and... ...and... ...now... ...how she said... ...he is so long a car... ...bis... ...the tank is empty... ...and... ...and now she landed... ...in a place... ...at a small... ...un unknown... ...habies... ...her perfect! And now... ...she thinks about how she can... ...he with her... ...she'll pick up... ...and... ...miss Penny... ...at sich da... ...doch einiges... ...eh... ...leben... ...nehmen lassen! ...sebst! ...meine Vermutung! ...why... ...wieso sollten sonst die Tagebuchseiten mit Rufa Schmidt sein? Das fragt man sich, das fragt man sich! ... ...this room is glowing... ...ig... ...is... ...at own... ...aah... Das selbiertes... ...setting. Das ist das letzte 7-leise-pollekt. Das sieht wirklich hübsch aus. Das sieht wirklich hübsch aus. Das sieht wirklich hübsch aus. Das sieht wirklich nochmal aus. der noch einmal jetzt im geilen wenn ein Wort klang die Stichwissen nun können uns prüftelte Fins gut 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 oder so wie es ausmachen ich habe RAPER CIGARETS genießen ja da ich rät dich Schlemmenschau und das stört wo kommt das alles her dass ich auf euch gesehen oder Matilda Fly in The Kiss of Death 1946 was da so stets ins Green West Raper-Cigarettes Na, dann rapen wir mal, wa? Einmal drauf los Ich hätte gern einmal Rap zum Mitnehmen Keep calm, Gloria Just, just think Think, think hard Da, 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 da Du, 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 du Schatz für little things Look at you Jetzt hab ich mal den auch von dieser scheiß Kacke, die sie da geschnackt hat Look at you Schatz für little things Okay Einmal umgucken Da, umkucken Scheinbar nicht, Teth Ah, Coffee, Scotts, Whisky, ja gut Nee, okay, da ist nichts Nichts, was ich jetzt irgendwie großartig anklicken könnte Oder? Nein, okay Dachte, das wäre Nein, mach weg Du riechst nach alter Frau Aber die klingt so alt schon, so betagt, die Frau So, bla, bla, bla Ich hab eine tiefe Frauenstimme Das klingt nicht so, als wenn sie jetzt wirklich irgendwie noch jung wäre Ich würde sie auf Mindestens Sechzig schätzen Grob geschätzt Und Oder sie hat einfach nur einen schlechten Tag gehabt Und hat so eine richtige Eierstimme jetzt Wer weiß das schon Weil mit 60, so einen Bankraub machen Könnt schwierig werden Robbed Ich hab ein anders Falsich verkünde Es klingt so alt Hat die hyvin mit machen lassen Was Da, die dúda, die Du, 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 du Könnte denn jetzt das letzte sein Du provozig weint, Speaker, vielleicht Irgendwas gucken Achso, äh, Ue Äh Ich war doch die letztens noch, oder? Da lag doch keine Scheibe das alles ist ja alles unsinnig diese Sprachausgabe ist total Panne ganz ehrlich Rundfunker Rundfunker gut 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 ich habe es nicht ein 1 2 Polizei 1 2 Ich habe schon zwei oder was? Hä? Drei? Da haben wir es doch. Drei, eins, zwei, drei. Aber ich habe da schon welche reingepackt, oder? Oder, oder, oder nicht? Oder wieder doch. Nein, ich will das jetzt. Einmal nach links, bitte. Einmal nach links. Einmal nach links. Und einmal nach rechts. Jawohl, da haben wir sie doch alle. Aha. Und jetzt wird wieder Geschieber rätselt. Gut. Und jetzt? Äh, was? Aha. Blau muss hier hin. Weil hier gibt es nur einmal blau. Das heißt, das blau muss nach oben rechts. Dann drehe ich das schon mal so. Äh, okay. Das wird jetzt schwierig. Hm. Grün oder rot auf jeden Fall. Da ist zweimal rot und zweimal grün. Da muss ich überlegen. Auf jeden Fall muss es unten links rot oder blau sein. Dann muss hier das rote sein. Ein rotes auf jeden Fall. Weil hier gibt es nur einmal rot. Blau ist nur einmal. Das muss auf jeden Fall nach oben. Das heißt, wenn hier blau ist, ist da rot. Dann ist das rot dort und das grün dort. Genau. Also muss hier hin grün. Hier hin blau. Hier hin rot und hier hin rot. 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 Äh, falsch. Hahaha. Fuck you. Ach, man kann nur fünfmal... Aha. Fünfmal drin. Okay. Dann muss ich einmal da. Das ist schon mal gut. Dann muss das blau hier. Dann kommt das hier mit grün. Da mit rot. Und vollkommen falsch. Oder so. Moment. Zack. Jawohl. Ich bin der Beste. Haha. Hast du einen bekommen. Gehen doch relativ zügig. Mensch, ich bin doch gar nicht so doof. Seht ihr, Leute? Sowas kriege ich hin. Aber wenn ich auf Zeitdruck stehe oder sowas, dann geht das schon. So mit Bildern kann man mich immer locken. Hahaha. Aber wehe, ich muss eine Seite suchen. Äh, Luna, du hast da... Oh, guck mal hier. Chili. Kommt keiner. Ach, schon wieder puzzeln, oder? Warte, ich krieg die Krise. Es war alles ein bisschen zurechtdrehen. Das kommt auf jeden Fall dahin. Das kommt... Nein, das kommt dahin. Dann kommt das dahin. Äh. Ich sehe schon wieder nichts. Moment, das ist auf jeden Fall oben. Das kann man nicht verschieben. Hm. Okay. Hä? Dann muss... Hä? Ist das zwei Plättel? Nein, keine Ahnung. Ich bin zu doof. Das ist auf jeden Fall da. Gut. Das ist hier. Das ist... Irgendwo... Hier. Ich gebe erstmal alles zur Seite. Das muss irgendwie da. Äh... Da. Ah, komm schon. Auf jeden Fall hier irgendwo. Na, da! Ich bin auch vielleicht blind für mich, ey. So. Äh... So. Irgendwie da. Kommt auf jeden Fall... Das kommt irgendwie hier hin. Äh... Zack, zack, zack. Moment, erstmal ein bisschen zurecht drehen, alles. Äh. 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 Das kommt alles ein Stück rüber. Da haben wir es doch endlich. Bin ja nicht doof. So. Da, 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 da. Du, du, du. Ach, ist ihr Freund. Oh. Und jetzt habe ich da was gefunden und das bringt mir irgendwie überhaupt nicht. Ein Foto von Serge. O. Was ist das? Ich glaube, ich ziehe. Was ist das? Da, 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 da. Du, 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 du. Was habe ich hier was? Das war das jetzt alles, was da drin ist? Ist jetzt nicht hier ganz, oder? Ein Foto und sonst ist... Ich hab das jetzt nicht umsonst geknackt, nur wegen so einem Zeitungsartikel, der mir überhaupt nichts bringt. Sly Fox, Crime, True Tales, bla 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 bla. Und das Schere zerschnippeln wieder, alles klein hacken. Mah. Hm. Ah, dann schau ich mich doch mal in Ruhe um. Nichts vergessen. Aber ich denk mir, hier ist eh nichts mehr. Ich guck einfach mal hier rein. Ich hab ein Ohrwurm, ey. Von dieser Sprachausgabe. Das kann doch nicht wahr sein. Gigi. G-G. G-G. Steht für Gigi. Gigi D'Agostino. Oder... Galolfgen Gratterzalmen. Mach' mal einfach mal auf hier. Blut! Bam, snab, 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 snab. Dafür ist ihr Freund gestorben. Tja, hätte das mal bleiben lassen. Wer hat einmal der Player geworden? Hätte da auf richtige Art und Weise wieder Geld verdient. Ihr Pennergesichter. Da drunter haben wir's doch schon. Ich will bis das Ganze jetzt so reinstopfen ist. La, 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 la. Ach, da kriegst du da feuchte Beine, ey, die alte. Tschicki, tschack, tschack. Mal schauen, was wir jetzt machen können. I have no plan. Du, 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 du. Meine Maus, Maus. Ey, was? Äh, maus. Was ist denn mit dir los, Maus? Du, 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 du. 3F, das war der Schlüssel. Ne, ich dachte, ich hätte jetzt die andere Schlüssel gehabt. Ich muss mal schauen, hier rüberlaufen. Kann ich irgendwie nach rechts gucken? Ja, kann ich. Ist da irgendwas? Ja, weiter rüber kann ich nicht. Ich kann auch so auf den Tisch liegen. Vielleicht das Ding hier. Was auch immer das bringen soll. Es geht ja wirklich. Schleifrocks. Dann lege ich die blutigen Scheine da auch noch hin. Wunderbar. Und jetzt eine Schere. Ein Auge. Die Augen wollen wir nicht. Äh, fuck. Ich hab da. Scheiß, falsche Taste. So. Nein, ach, schon wieder auch. Mann, oh. So. So. Ach, ich glaub nicht. Zigarettenstimmel. Ist gleich von ihr. Ne, ist er nicht. Diese komische Scheibe hier. Das gibt keinen Sinn. Das denk ich mal, war eher weniger. Tabletten. Die hat da Kopfschmerzen, hier, Alter. Wodka. Die will, wie schon was saufen. Hä? Puppe. Puppe. Zeitung. Die will. Wofür ist das überhaupt auf mich? Wie. Klicke, das ist es jetzt hin und denk mir so, ja geil ist das. Schlüssel. Ah, Moment, da steht doch GG drauf. Jetzt kann ich Autofahren spielen. Sie hat auf jeden Fall... Wer bist du? Wer? Wer bist du? Das ist für mich und wer, um dich zu finden zu finden. Was ist mit dir? Mein Drone-Business. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Ein Wettbewerb, ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb. Hast du gesehen eine junge Frau? Ein Wettbewerb? Es ist ihre Wettbewerb. Sie hält uns hier, du auch. Kann ich dir helfen? Jetzt gibt es etwas, was ich tun muss. Das ist eine Wettbewerb für alle. Was machst du, wenn das Ding nicht bewegt? Nicht in deinem Welt, vielleicht, aber in meiner. Lass dich runter. Du wirst uns getötet. Das ist die Idee. Halt fest. Wettbewerb. Wir können beide Platz heute Abend finden. Wettbewerb. 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 Enh. Wettbewerb. So Jetzt kommt einmal herunter. Und wir dürfen alle sorry. Mhora. Ein geschweiter poil. Nimm einmal die dritte. Das klingt doch nett. Du kannst die Welt immer noch sehen, es ist niemals zu spät. Ja klar weiß ich was, du weißt GG. Bist du doof? Hör mal auf hier! Sorry, your life is over, crime is over, Sly Fox. Your life you have led, led, your confusion is broken, for new people who know nothing. I heard even your name. Okay, nimm einfach das hier mal. Das klingt so nach Seelenklemmtnerei. Ach du Kacke. Ich denke an Anton, ist das was ich wollte, dass du sehr liebst, er warst in der Suche, er lief dich. Christoph, vielleicht... Ah, ja, 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 ja. Genau, der ist aus Serge. Hm, hm. Da fuck? Aller Schweden! Nein! Nein, doch gar nicht, ich hab doch nicht fertig, ich wär richtig, Mann, oh, das war gemein, ich hab doch gemein, ich hab keinen Grund, um ihn zu leben. Wenn wir versuchen, die Alde hier ein bisschen zu beruhigen, äh, wenn das nicht klappen sollte, dann versuch ich's immer wieder, einfach beim nächsten Mal klappt das schon. Also dann, ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder dabei, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal, aha, 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 wenn wir wieder dasselbe, äh, wenn es wieder heißt, let's play Darkfall of Souls mit mir, Lunetschki, auf dann, auf bald, auf Wiedersehen, tschüssikowski, bla bla bla.